Eichs Glück findet er jetzt halt auch noch einen. Ich habe schon ihn getötet heute. Aber hast du den nicht eingesperrt? Weil ich da noch kein Netta Portal hatte. Oh und ohne Name-Tag die spawnen die am Tag. Hier können wir nur Creeper bei uns rum. Das ist ein normaler Zombie. Das war ein normaler Zombie. Und CO2 hat sich verabschiedet. Und das sind die erst perfekt. Sogar 5 statt 4. Hä? What? Und nochmal verabschiedet. Hä? Mit Slashback würde ich in Lava geportet? Ähm, Slashback würde ich nie verwenden hier. Ist ein bisschen verbuggt. Okay, dann merke ich gerade auch. An dem Punkt musst du leider wirklich selbst wieder ein Grab finden. Och ne, wir haben wieder so eine Bliss bei uns. Die sind nicht schwer. Ja, ich klatsche dir einfach kurz. Ich muss sowieso die Mobs klatschen, damit hier neue spawnen. Aber wir haben jetzt Schneeblöcke hier. Du kleine Vermalledeite Misture. Was? So, zwei Hits da und Vara. Das ist ein normaler Zombie. Da ist ein normaler Zombie. Da ist ein normaler Zombie. Übrigens, du musst deinen Traum von den 3.000 wahrscheinlich knicken. 3.000? Abos zu Weihnachten. Das wird eher was zu deinem Geburtstag. Abwarten. Vielleicht habe ich ja noch was zum Petto, was mir ein Abonnenten bringt. Also im jetzigen Tempo auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Mir ist das aber auch kein egal, ganz ehrlich. Trotzdem, das wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk gewesen. Ja klar, aber... Ich bin auch da nicht so fixiert drauf. Das ist noch mal das Wichtige. Spiderpick, Spiderpick. Oh, drei Creeper auf einen Haufen. Oh, drei Creeper auf einen Haufen. Oh, wir haben ja die jetzt alle auf einmal hochgegangen. Ja, ich hab's alle geklatscht. Wieder ein fucking normaler Zombie. Hallo. Wie wäre es, wenn nicht aktiviert werden, das liebe Cast. Einfach nur mal kurz das Buch öffnen. Ja, du hast da aber direkt schon weiter, also passiert direkt. Weil du dachtest ja, du musst ja detecten. Selbst das ist ja nicht schlimm. Das dauert dann nur einen Moment, bis das erkennt. Irgendwie hab ich die Nacht kein Glück. Warum machen die mir jetzt einen Strich durch die Rechnung? Weil das doch immer so ist. Beine backen. Boah. 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 Daraus kann man Brot machen, das ist sehr gut. Nehme ich gleich mit. Ich habe drei Kanonen von meiner Schüssel, jetzt erst. Zombie-Bilder, wo seid ihr? Wir haben ein Problem. Das ist nichts Neues mehr da, Akku. Die Kisten sind schon wieder zu klein. Ach, Mann, ey. Ähm, stell Kopperkisten her. Eine Kopperkiste hat so viel wie eine Doppelkiste und wenn du die alle, die wir jetzt so haben, zu Kopperkisten, haben wir doppelt so viel Platz. Und ich habe kein Problem damit, dann später Kopperfarm zu gehen. Ich habe einige Kopperfarm gefunden. Kopperfarm ist ja nicht gerade das Problem. Ich habe keinen Bock, das zu bauen. Also, dann darfst du dich nicht aufregen, dass wir keinen Platz haben. Doch klar darf ich mich trotzdem mal aufregen. Scheiße, Keiner in der Perale, Mist. Nein, Hexe, lass mich in Ruhe. Ich habe dich gehört. So. Auch wenn du nur unterirdisch warst. Og. So. Also, die Nacht war naja. Fürn Arsch. Um es mal nett auszudrücken. Netter geht anders. stimmt für ein backpack brauchte man das gehärtete leder natürlich extra slots warum nicht das behalte ich im inventar die schwäche trinken die gold und den steck so damit daco nicht mehr rummeckert mir die kiste wieder ich habe sie nicht nein ich habe die halt wirklich nicht im inventar ich kann ich gerne screenshot schicken ich dachte du hast die rausgenommen ich bin nicht deutsch ich kriege den slot durch ob die wieder so verpackt ist aber ich habe die auch nicht die du ich habe es halt auch nicht ich habe sechs slots frei da habe ich überall was reingelegt also meine güte bau ja wenn du wieder holzform gehst dann musst du mir eine mädchen bauen oder ich brauche mir dann erinnert nein passt ich habe noch ein bisschen holz ich habe jetzt mal hier um zöck das ist das und das was ist denn körper was kommt denn danach ich glaube silber ist eisen größer eigentlich also es müsste doch immer gesteigert werden reisen reisen ist normalerweise normalen modpacks so groß wie eine doppelkiste ich habe nie mit eisen gebaut ich hatte doch auch im single player also was ist denn auf einem anderen server wo wir mit olaf gespielt haben auch nur copper kisten ja ich weiß ich würde sogar mal egal ich mache einfach mal kurz eine testweise die wird wird größer ok das passt ja das stört mich ja dann nicht so so selber kann man auch noch mal schnell machen wie viel roten flasher aber 3 6 und 9 3 net 3 connecten sich auch die tanks von wie verkündet aneinander setzt und nein nur übereinander ok außer natürlich du willst zwei verschiedene sachen rein machen in die zwei tanks dann natürlich kannst du oder musst du sogar nebeneinander machen ja außer die da ist schon was drin dann kann man das auch nebeneinander machen übereinander wenn neben schon was drin ist jetzt lassen sie sich nicht connecten da guckst du die ganze kohle hin blöcke oben links boah ich wundere mich du kannst doch nicht alles verballert haben nein mir ging es nur mit platz auf den sack ich brauche jetzt noch die presse da brauche ich glaube ein dingsbums dafür ne der grinder war das oder für die presse brauche ich 68 eisen also 6 eisern zwei hopper haben wir noch so viel ja mal noch ein bisschen holz ja eins zwei aha aha hast du das gold? nein nein ich kaufe das reicht schon aus hier ja ja und das braucht eisenschwert und redstone repeater ich komm euch mal besuchen du mach das mach das mach das haben wir schon mal zwölfe davon die die heute seite gar nicht von der perle es ist auch nicht weit 100 500 blöcke sind das nur ich brauche und hier mal Honig, den mal zum Kochen benutzen können. Und jetzt das hier. Das war falsch. Wolle, Kiste und Hard in the Dead. Da, du hast gleich ein Backpack. Ok. Ja, haben wir noch. Nein, ich brauche zwei Strings. Nein, da oben sind noch welche. Zwei Kisten. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hier, da kommt. Danke. Danke. Ähm. So. Das, das. Äh, das hat leider mal hier draußen das erste Mal mit rein. Ich glaube, der Backpack war auch da irgendwo eine Quest irgendwie, wo was, wann, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, da war er keiner. Da auch nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Ne. 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 Okay. Hier vielleicht noch? Ähm. Nein. Nein, nicht. Okay, dann nicht. Ähm. Was ist jetzt bei Ende geworden? Ach. I'm the Koch. I'm the Koch. I'm the Koch. 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 Guck. 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 Genau. Nicht Koch, sondern Guck. Hallo. Ach. Da braucht man ja auch wieder Haufen Zeug. Ach du Heimatland. So viel Eisen haben wir definitiv nicht. Weißt du okay, was anzeigt, was drin ist? Ja. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre so gesehen, die hat ja viel Verbindung. Okay, aber ich meine später nochmal umbringen. Ach, Darko. Das ist dir schmecken. Was soll ich mit rohen? Die sind gekocht. Ach so. Die sehen irgendwie roh aus. Ne, das wären so weiß. Ich verarbeite dieses rosa Holz. Aber ich sehe in diesem Modpack jetzt schon einen Durchschnitt von, was für eine Haus bevorzugt wird. Also was für eine Hausart. Bunker halt. Ja, ich lebe mich auch in einem Berg. Das machen wir alle. Das wird teuer. Was machst du denn? Immer noch diesen Thermonic Dingsbums Schals. Ach so. Ich mache jetzt erstmal ein paar Kochutensilien, dass wir aus dem Essen ein bisschen was machen können. Oh, Teig. Irgendwann ein Bett. Was? Ein Doppelbett. Weißt du was? So. Kann es sein, dass ihr genau dasselbe habt? Ne. Ich habe Manulin Brätschwert. Ja, habe ich an sich auch. Aber ich habe andere Tools drauf. Ich habe andere Sachen. Na, ich habe Manulin Schwert Dingsbums. Der Griff ist rot und blau ist das Zwischenstück. Ja, bei mir ist das auch blau, das Zwischenstück. Bei mir sind aber Kupfer der Griff. Ah ja, das ist bei mir nicht. Wie viel Attack Damage macht eins? Äh, 13. 13,34. 13,46 bei mir. Wie viele Latos hast du drauf? Ach ja, ich meine, Latos ist wie viel Quarz? Eins. Für einmal voll? Ja, für einen Modifier. Ja. War einmal Modifier 144? Nee, Part 70. Okay, weil vom Blade her müssten wir denselben Schadenswert eigentlich haben. Nee, die haben ja eigentlich andere Bauteile verwendet und die haben ja eigene Schadenswerte immer noch. Ja, aber die Klinge entscheidet nur den Schadenswert. Nee, die anderen spielen da auch mit rein. Das weiß ich nicht. Ist mir eigentlich auch egal, weil... Also muss ja so sein, CS2, sonst gibt es ja diesen Unterschied nicht. Also eigentlich entscheiden die anderen nur über die Durability und die Attack Speed. Den Schaden entscheidet nur die Klinge. Aber da habt ihr die selbe, also. So jetzt, ich habe die Bratpfanne, ich habe den Soastingsbums, ich habe das Cutting Board, ich habe die Buckware. Ich brauche noch den Pot, damit wir alles schön kacken können. Ja. So, den Juicer habe ich. Das hast du. Nee, das kann ich nicht sagen, ja. Das habe ich. Da brauche ich wieder Clean Stone. Was ist das Problem? Das Teil ist ein zickiges etwas, weil wenn in der Nähe der Dingsbums hier ist, ist das Redstone-Signal deaktiviert. Darum. Mach mal Redstone-Torch. Ja, aber dann würde er auch hier wieder funktionieren. Nee, ich war recht. Das ist das Redstone-Torch in Atomic Reconstructor. Ja, funktioniert ja jetzt also. Ich weiß ja sowieso, dass wir alles mal umbauen, dass wir ja so provisorisch. Das ist da rein, das ist da rein. In den Backpack kommt die Schwächertränke und der Apfel. Ich kann mit nichts in Zeit gehen, bis auf eurer Tür. Haha. Ist doch auch gut so. Dafür claimt man sicher Gebiete. Oh ja, ein Snowhive. Das ist nicht das einzige hier bei uns. Das, das, oh, es ist Nacht. Oh, es ist Nacht, es ist Nacht, es ist Nacht. Es ist Nacht. Ich würde die Nacht aber eigentlich... Ich müsste die Nacht eigentlich gleich mal skippen, weil ich muss mein Stormfight neu setzen. Ich weiß nicht, ob das auch setzt, wenn ich nur einmal kurz drin liege. Wenn du langsam und gemütlich sneakend zu dir läufst, habe ich damit kein Problem. Ich stehe schon vor meinem Bett. Dann, warte, ich gucke noch ganz kurz hier unten lang. Ja, los, skippe. Danke. War eh kein Zombie-Villager hier in der Ecke. Also Darko, du kannst jetzt aus dem... Ich habe jetzt in der Frissalienkiste auch das ganze Utensilien-Gelumpe für, ja, Obstschalen und sowas und Boiled Egg und so. Kann alles verballert werden. Also aus der Küste kann ich mal alles nehmen, oder wie? Du kannst es auch zusammen craften, ne? Ja, klar. Also zum Beispiel jetzt hier die Eier und die Pfanne. Ich meine, ich kann alles verwenden. Gut, ich habe mich vielleicht ein bisschen blöd ausgedrückt. Es kann alles gefressen werden, was hier drin ist, na klar. Ich kann ja mal gucken, ob ich hier raus Obstschalen machen kann. Ich werde in irgendeiner Timelapse mich mal hier drum kümmern und ordentlich ausheben. Das würde mich jetzt schon nerven. Was ist das ausheben? Ne, Wasser. Ähm, ne, unendliche Wasserquelle daneben setzen. Schon mal daran gedacht? Oder eine Sink craften. Oder eine Sink craften. Hast du dir das Rezept davon schon mal angeschaut? Die Sink müssen wir so oder so noch craften. Für ne Quest. Da kann ich mich... Das ist safe noch nicht normal. Da geht massig Eisen drauf. Warte, ich habe hier noch Wasser, das ich nur undendliche machen kann. So. Warte mal ganz kurz. So, jetzt. Ach je, ich werde nicht so sein. Darko, ich hau dir 3 Sandwiches in die Dings rein. Woher hast du Sandwiches? Achso. Quest. Genau. Ach, danke. Die geben mir nix ordentlich Hunger. Gut, dann... Ich würde dir wirklich empfehlen, baue dir diese Lunchbox. Da hat auch wieder Platz in dem Mittag. Ach, ich nutze den Backpack. Ich habe hier nicht viel drin. Und dann nur ein bisschen Essen. Papier. Die Weakness Tränke. Und die Goldöpfe und paar Blöcke zum Zubauen. killed Bahnen und nichticher. 政府angrücken Vielen Dank.